Ok 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 Yo YouTube, herzlich willkommen zu einer Runde Happy Wheels Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, ich werde euch am Ende vom Video den Link einblenden Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch eine Runde spielen Wird richtig Hammer, denke ich mal Ich werde die besten Szenen irgendwie zusammenschneiden Da ich noch nicht so ein Happy Wheels Profi bin Ich hoffe, euch wird es gefallen Und ja, dann fangen wir doch gleich an Ok, am Anfang nehmen wir kurz Hans-Peter mit seinem Sohn It's really hard Ha, vor mich nicht Wie ihr seht, bin ich tot Ok, jetzt spielen wir eine Runde mit Gustav und Gerd Linde Und Was soll das? Was soll denn das? Ich hab's doch geschafft, man Hm Hm Gooo Nein, 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 nein Oh, so eine Missgeburt, Alter Schatz, ich lass dich alleine Nein Ich werde auch sterben Ohne dich Möchte ich nicht ins Ziel Versuch 500 1000 Millionen Keine Ahnung was Und? Wird er es schaffen? Er kann es schaffen? Und? Nein! Ist es denn sein fucking ernst jetzt? Alter Dummer Pfeil Und Versuch 500 ist angebrochen Und? Werden wir es schaffen? Danke meine Fans, danke Ok Ok Dann auf jeden Fall Zum nächsten Level war er wirklich richtig unterhaltsam Ok Pongo Jump Oh, ich liebe Pongo Jump Ok Ja Ich kann es schaffen Wuuu Oh shit Und? Ernsthaft? Ok, ich glaube das wird jetzt schon deutlich besser auf jeden Fall Ich muss ein bisschen rüber rutschen, sonst bin ich nicht in der Kammer Das wäre natürlich nicht so gut Und? Ohhhh Mein Nein Hier stehst du denn ernst? Hier stehst du denn ernst? Uuuuuhhhhhh Double Time Ok Woah Superman Ok Ohhhh Ohhhh Nein, nein Ok, ich guck wahrscheinlich grad extrem behindert, aber juckt mich nicht. Ja! Pro! Der Pro wurde gewonnen. Juu, dance, dance, dance. Oh, ich kann schon das Ziel sehen. Und? Nein! Ja, ja, ja! Uuuuh! Mist! Ja! Boah! Diese Physik. Oh, wie soll ich denn da durchkommen? Alter, wieso? Oh! Oh! Ja, ja! Oh! Nein! Alter! Was! Was! Wer ist das? Ich glaube, es ist Mistel. Oh! Ich hab noch keinen Namen für ihn. Ich hab noch keinen Namen für ihn. Hans-Peter mit seinem Sohn. Ich bin so ein Profi. Ich bin so ein Profi. Ich bin so ein Profi. Willkommen. Und das soll schon was heißen. Dann ist es auf jeden Fall richtig Hammer. Okay. Jetzt geht's los hier mit. Und eine Fahrradtour. Eine Fahrradtour. Macht so Spaß. Und... Nein, nein. Oh! 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 Ah, was? Nee! So mein Sohn, es ist so ein schöner Sonntag. Jetzt wird auf jeden Fall eine Runde Fahrrad gefahren. Ja, Papa! Juhu! Wuhu! Richtige Action hier! Und? Oh, oh nein! Papa! Nein! Papa! Versuch Nummer 3000 ist jetzt angesagt. Und? Ja? Ja, wird er es schaffen? Nein! Uh! Oh! Das ist keine Gefahr. Jetzt muss ich ein bisschen langsamer tun, weil sonst spieße ich mich nicht auf. Alter! Nee! Ah! Ich weiß, was ich machen muss. Who is head level? Und jetzt? Müssen wir das ganze rückwärts angehen. So, mein Sohn. Oh nein, nein, nein! Was ging nach dem? Nein! Ja! Puh! Jetzt! Jetzt! So rum! Okay, es war auf jeden Fall schon besser. Jetzt nochmal. Juhu! Janek, du wirst es schaffen! Und wenn nicht, bist du ein Opfer. Okay, das bist du auch so. Aber egal! Und, 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 und. Oh! Knapp, 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 man! Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde! Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Alter, wieso ist es manchmal so schnell und manchmal so nah? Oh, mein Sohn! Nein! Mein Sohn! Egal, ich muss es auch so schaffen. Oh! Bitte was? So. Okay. Zum Thema Livestream. Ich habe mir heute einen Twitch-Account gemacht. Ich weiß nicht, ob Livestreams kommen werden, weil meine Internetleitung extrem kacke ist und wir kriegen aber neue, schöne Glasfaserleitungen. Ich hoffe, dann geht was, wenn nicht. Wär's richtig kacke. Okay, 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 jetzt. Ja, ja, ja. Nein, ich bin über meinen Arm gefahren. Oh mein Gott, oh mein Gott, werde ich es jetzt schaffen? Zwar ohne Sohne, aber ich habe es geschafft. Freut mich. Warten wir das schon? Okay. Ah, 0,3 Sekunden. Neuer Rekord auf jeden Fall. Okay, ein bisschen schneller vielleicht. Da muss man einfach die perfekte Mischung suchen. Und die finde ich natürlich gleich. Nein, 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 das war nicht die perfekte Mischung. Nein, nein, nein. Brrrrm, brrrrm. Okay, okay, okay. Brrrrm. Und, und, und. Nein, wieder zu schnell, wieder zu schnell, oder? Ja. 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 Ja, 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 ja. Tö, tö, tö. Okay, hat sich genau gleich angehört, wie ihr hört. Mich auf jeden Fall musikalisch richtig begabt. Haben mir schon mehrere gesagt. Ob ich nicht ein Musiker werden will. Aber ne, ich sehe da eher so mein Talent hier im Gaming-Bereich. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn's euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn's euch gefallen hat und ihr wollt mehr sehen, lasst einen Daumen nach oben da. Okay, dann kann ich nur noch verabschieden. Bis nächste Woche. Ciao. Outro